Die zu veräußernde Einzimmerwohnung befindet sich in Westerland. 1984 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche, einen Keller und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 30 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 255.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Auf der Beifall auf die Fläche und Untertitelung auf die Runde die www.bevoi.com Ihr seid mit ihr in der Luft. Und wir haben diezelen Welt und die Beste. Sobald das mit anderen Beste und der Beste einen Tren screens. Bis zum nächsten Mal.